Hallo zusammen, ich bin Samy und mache eine Lehre als Produktionsmechaniker. Heute mache ich es in meinem Alltag. Kommt doch mal mit! Als Produktionsmechaniker fokussiert man sich im ersten Lehrer auf die Grundausbildung, im zweiten Lehrer auf die Abteilungen und im dritten Lehrer auf das CNC-Programmieren. Die Grundausbildung beinhaltet Fielen, Bohren, Drehen und Fräsen. Die verschiedenen Abteilungen, die man einen Einblick bekommt, sind die Qualitätssicherung, Werkzeugausgabe und das Rundschleife. Der Vorteil bei der Agathon ist, dass wir EUK befreit sind und dass der Ausbildungsstand sehr hoch ist. Wenn jemand die Lehre machen will, muss er ein technisches Verständnis haben, handwerklich begabt sein, mathematisches Interesse zeigen und ein gutes Vorstellungsvermögen haben. Obwohl wir hier relativ viele Lehrlinge sind, ist ein Verhältnis untereinander sehr kollegial. Wir sind immer lustig zusammen und man hat es eigentlich mit jedem gut. Auch das Verhältnis zu den Lehrausbildern ist sehr gut. Sie unterstützen uns in allen möglichen Bereichen. Am besten an der Agathon gefällt mir, dass der praktische Ausbildungsstand von einem Produktionsmechaniker fast gleicher Kürst wie der von einem Polymechaniker. Hier haben wir eine sehr grosse Lehrwerkstatt mit der neuesten Technologie, die nicht für jeden Betrieb selbstverständlich ist. Das war mein Alltag. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, dann bewerbe ich mich doch. Das war mein Alltag, wenn ich mich noch dazu war. Vielen Dank.